Es gibt das Video, dass ich 1.000 Euro für den Sauger. Ah, wir sind schon auf Sendung. Hallo Michel, ich möchte dir von Herzen alles Gute zum 50. Geburtstag wünschen. Du wirst ihn ja an mich erinnern können. Ich war der kleine Bub, der immer mit 11, 12 Jahren hinter dem Tor gestanden ist. Ich möchte mich auch bedanken, du hast mein Torwartspiel geprägt. Alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für deine Zukunft.